So, ich gehe jetzt zu Akara und kaufe mir ein paar Schriftrollen. Nicht hier! Okay. Dann nicht. Seid gegrüsst. Waffenhandeln. So. Also, brauchst du einen Bogen? Nein. Nein, falsch. Seid gegrüsst. Brauchst du... Oh, nee. Warte, ich habe eine Idee. Warte, ich muss schnell meine Schützerin wiederbeleben. So, komm her. Oh, du nimmst jetzt diese... Danke. Danke. Der Bogen hilft ja eher etwas. Mit O kannst du das in... Also, nein. Die... Du kannst deine... Ähm, deine... Gehilfe, ihnen auch Rüstungen zu geben. Ich kann jetzt mal eine bessere Waffe. Ich verkaufe diesen Dreck hier. Ich kaufe mir diesen Dreck hier. Ja, was... Die kaufe dir das hier. Die kaufe mir diesen... Nein, das ist längst recht. Gerade nicht. Na ja. So. So. Ich habe zu viel Mana trinken. So, ich gehe jetzt mal zu meiner Schatztruhe und lege dir hier hin. Diese Waffe ist sehr gut. Sehr schwul. Was machst du jetzt bitte? Geh bitte in den Teleporter rein. Weißt du, sonst geht der weg, wenn ich nicht reingehe. Wenn ich reingehe. Komm. Jetzt machen wir uns wieder auf die Hauptmission. Mission. Haben... Sind jetzt zwei Level gestiegen. Das bringt auch für unsere spätere Erfahrung etwas. Und na ja. Wir gehen jetzt aus der Höhle. Weil ich jetzt einfach keinen Bock mehr auf diese Höhle habe. Ich glaube, dieses Spiel macht zu zweit noch viel mehr Spass. Weil alleine wäre das ein bisschen langweilig. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Aber wenn man es zu acht spielt, dann ist es auch sehr lustig. Können wir später mal machen, Babyfrag. Genug Kollegen haben. Ja, genug Kollegen. Und wir wollen unsere Community auch mal mitzocken. Ja, aber ich mag unsere Community nicht. Ich habe nämlich keine. Ja. Komm, wie lange brauchst du? Ja, Miriam, ich habe keine Ausstufe mehr. Ah, sie ist offen. Ah, sie ist offen. Hey, wo läufst du hin? Ja, wo bist denn du? Ich bin noch bei der Höhle. Cheater. So, warte kurz. Kann ich dir das an... Damit kann ich jetzt noch nicht... Ja, dann kannst du mit dem halt nichts anfangen. Oh, schau mal, schau mal. Entschuldigung. Ha, hab dir erscheint das oben. Oh, Mann. Du musst davor ein Ausrufenzeichen machen. Das ist ein Tigo. Er heisst Billy. Hilf Billy, die Weltherrschaft zu übernehmen. Indem du ihn in dein Signature-Ding und Star kopierst. Das ist Schubelstock. Schubelstock ist schwul. Hast du etwas gegen Pikachu? Ja. Ich auch. Oh, Mann. Können wir vielleicht mal... ...eine Karte einlegen, damit ich mal... ...eine kleine Pause machen kann? Ja, können wir machen. Aber erst erleben wir noch diese Mission. Ja, warte, ich habe gerade dort aufgenommen. Das will ich jetzt eigentlich anziehen. Und diese Mission zaubert sicher noch 20 Minuten. Ah, ja. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ey, hast du einen Ausdauertrank? Ich... Mal gucken. Ich muss jetzt gleich schauen. Hey, ja. Hier. Warte mal kurz. Ah, da ist einer. Das ist noch einer. Tod. gut ja ich bin jetzt tausendmal schneller ja weil du die Tag an hast hast du wieder nichts mehr drauf stirb du Bummi ja ja ich glaube das hätte ich heute gecheckt mit dem links und rechts nicht da ja wenn du unten rechts kannst du dein auswählen was für eine Fähigkeit du nehmen willst ja jetzt habe ich das endlich begriffen ja jetzt habe ich das endlich begriffen ja 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 ganz ruhig ja 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 du bist schwul du bist schwul du bist schwul du auch aber sowieso ja ja Ihr das hast du dies noch gar nie zu selbe gekillt ja aber deine partner ist gestorben du musst jetzt auch wenn du sie wieder haben ist musst du nach Kassaya gehen es muss Gott